Hallo und willkommen zurück zu einer kleinen Folge von dem Minecraft-Stadtprojekt. Ja, nachdem jetzt der Red Market offiziell fertig ist, haben wir hier einen kleinen Kleiderlager angefangen und den seht ihr dann jetzt natürlich in einer kleinen Timelapse mit Replay-Mod aufgenommen und ich wünsche euch viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020